So, jetzt aber. Feuernabend hier mit rumgequatschen. Ähm... Warte, die kann ich auch noch aushauen. Ich glaube, unsere Karte ist so ziemlich blau. So dezent. So, wir nehmen erst mal ein Feuergast. Ich brauche erst mal ein Companion. Ich will nicht allein sein. Und dann tun wir hier mal ein bisschen Sachen töten. Für unsere Mission. Ich frage es, ob ich jetzt im Observatorium rüber dackele. Ja, eigentlich müsste man nur in die Richtung, um Zermorus-Geist mal zu rufen. Ist dein Problem, Blatine? Okay, da haben wir schon mal den Würfel. Den geben wir gleich ab. Bei kurzen Wegen und so. Und manche haben hier noch eine Folgequests. Genau. Wir gehen mal kurz da hinten gucken. Ich hoffe, ich habe mir die Spawn-Punkte für Zemuru gemerkt. Bei denen habe ich letztens so ewig gesucht. Bitte sei ein guter Geist. Bitte sei ein guter Geist. So, also entweder spawnt er hier oben. Dann müssten wir ihn aber schon sehen. Weil er spawnt ja, glaube ich, hinter dem Baum. Oder er spawnt hier unten. Da sehen wir ihn auch. Brauchen wir nämlich, damit wir die ganzen Folgequests dort... Ach, nein. Damit wir die ganzen Folgequests kriegen. Weil da ist ein übelster Rattenschwanz dran. Wenn du nämlich die Quest machst, dass du die Sutran gehst, du die Sutran an drei andere verweisen. Und die drei haben jeweils eine tolle Gruppenquest für dich. Die alle im Schwarz-Mau-Blauen-Läubchen sind. Okay. Und die habe ich das letzte Mal nicht gemacht, weil ich dachte... Ach, Pandemonium. Machst du später, wenn du mal wieder dort bist. Ah. Nee. Warum, Pirscher? Warum? Warum, Geist? Der Geist führt ein Eigenleben. Ich kann nichts dafür. Anstatt weiterzugehen. Das ist manchmal so eine Pfeife. So. Was kriegen wir? Ich bin jetzt nebens. Alexia. Okay. Okay. So, wo waren denn jetzt eigentlich... Warte mal. Nutration können wir, glaube ich, auch im... im Dorf holen. Wir gehen jetzt nach die drei Köstern holen. Und dann... Hm. Ich habe ja auch noch so eine Altlast da rumliegen. Hm. Die mache ich später. Wir machen jetzt den Osten. Ich habe keine Lust, die gerade jetzt nochmal komplett nach Basel drüber zu pirschen. Pirschen. Ich gehe mal kurz weg. So spät, also so Wächter, das kriegen wir alles im Dorf, wenn es sind. Sollte kein Problem sein. Da müssen wir die Tote machen, dann müssen wir zurücklaufen. Da müssen wir die Schwarzlau eliminieren, dann müssen wir wieder zurücklaufen. Und die Quest ist absolut katastrophal. Fiederschmuck zehnmal zu kriegen. Hm. Hm. Mal gucken. Ich werde erst das observatorium machen, aber... Nachrichtensübermittlung. Verwaltungshauptmann. Ich sehe bis zu, was ist das denn? Und wenn wir einmal hier sind, gehe ich gleich mal noch zum Aktions... äh... Das sind jetzt die Briefe mit den Befehlen. Genau, genau. Brauchen wir jetzt. Voll. Ich habe doch noch Briefe, ne? So, das ist doch die Belohnung, die ich habe. Oh, Sladi hat mal eine Tränke geschickt. Dankeschön. Muss Sladi auch mal was schicken. Auf meinem Klerik, mein Sammelnlevel jetzt fast auf 250. Auf 270 gibt es das nächste für gute Tränke. Und dann können wir dann... Wir machen eine Tränkefabrik. Das sagst du. Das wird cool. Oh, ich wollte dann noch zum Handelsagenten. Ich wollte mein Geld abholen. Das sind 3.000, aber 3.000 ist besser als gar nichts. Ich bin schon wieder fast in Ohnmacht gefallen, wo ich gesehen habe, dass ich für die Digiungsstufe 3.1.165.000 Kina ausgeben muss. Da war ich nicht. So. Und den Kleiderrat hat ich kein Ohnmacht verkauft. Wo kommt denn das Zeug her? Ich habe irgendwie was verpasst. Ich habe so lange jetzt mal Clary gespielt, dass ich schon wieder verpasst habe, was eigentlich bei der Beschwererin alles schief lief. Ah, hat sich fremd. Aber ich habe sehr hohe Erwartungen an meine Beschwererin, weil ich jetzt weiß, wie es mit der Klerikerin läuft. Und weil ich weiß, dass meine Beschwererin viel mehr Schaden macht als meine Klerikerin. Aber dafür vielleicht nicht so lange lebt. Habe ich schon einfach so, dass meine Beschwererin das besser hin kriegt. Mal gucken. So. Jetzt haben wir das. Die geben halt echt gut Kina, aber die tun halt auch echt gut weh. Vielleicht finden wir jemanden, der das auch macht. Kanto und Gladi brauchen nicht viel Mana am Anfang. Aber ich glaube später wird das auch... Aber die brauchen viel Lebenstränke. Aber das ist halt immer so diese Misere. Die einen brauchen die Lebenstränke, die anderen die Mana-Tränke. Keine Ahnung. Ich könnte als Klerikerin, ich könnte die ganze Zeit Mana-Tränke schüffeln. Das ist... Hintereinander weg. Entweder tue ich mehr Schoristos betreiben und haue mich selber. Also tue Buße. Um wenigstens ein bisschen Mana im Notfall zu kriegen. Dafür mein Leben zu opfern. Manchmal auch dafür zu sterben, weil ich wieder dumm bin. Und es vergessen habe. Oder ich mache einen Stickmaskill. Der mir für 5-10 Sekunden, man glaube... Dafür sorgt, dass ich keinen Mana verbrauche. Was auch super nice ist. Aber der hat auch seine Mackenes gerät. Das ist auch geil. Weil du bist kein Mana, die werden deine Skills alle als grau angezeigt. Du machst diesen Skill an. Deine Fähigkeiten werden die immer noch grau angezeigt. Weil er das nicht verrechnen kann. Das ist hier... Für mich ist ganz komisch. Na toll. Den hat wieder keiner weggeräumt. Könntest du bitte richtig durchtammeln, wäre ich dir sehr verbunden. Danke. Ich vergesse auch für die ganze Zeit, dass wir eigentlich schon ein bisschen overleveled sind. Aber das ist ja nur so müh. So ganz minimal. So ein Hauch. Ich musste ja unbedingt noch ein paar Mal Haramell laufen, weil ich Hoffnung hatte, einen Stigma zu finden, den ich nie gefunden habe. Ich habe da für jeden anderen Scheiß gefunden. Es ist so frustrierend. Ich finde immer Stigmatas. Für andere. Aber nicht für mich selber. Das ist zu meulen. Ah, okay. Der triggert, oh, der linke. Cool. Hier. Geist ist deiner. Ich nehme den. Mana Mantra beim Kantor ist auch super toll. Also wenn wir Instanzen gelaufen sind, haben wir immer gefragt, also wenn wir gemerkt haben, dass der Mantra das Mana Mantra nicht reingemacht hat, dann haben wir immer gesagt, könntest du bitte das Mana Mantra reinmachen? Weil du hast hier irgendwie drei Klassen, die sowas von Mana-hungrig sind. Please, just do it. Er war dann so freundlich und hat es auch gemacht. Oh, oh, noch, noch, noch. Oh, oh, atmen. Mach dich dünn, mach dich dünn. Einer hat mich tief einatmen. Irgendeiner hat sich wieder alles abgeschlachtet. Ist das jetzt dein Ernst? Du bist jetzt mal im Geist hinterher gerannt? Nein, jetzt, aber, huha, mhm, miau. Äh, aua? Geist, I need your assistance here, please. Ich hab hier sonst mittlere Mitleid-Freizes. Aua, wenn du jetzt hier noch was ziehst, ich bring dich um. Im freundlichen Sinne. Das ist ja... Nein! Nein! Ah, ha, ha, ha. Ich wollte doch jetzt nicht vier Mops töten. Ich wollte doch nur einen. Oh, nein, hier geht er doch. Oh, ha, ha. Geist, du bist der Beste. Und dann ist nicht mal Lut drin. Also ist doch alles so faulig. Es ist halt kaum Lut drin. Na ja, ein bisschen Kina wird das Ding schon bringen. Ey, ich... Ich hasse solche Leute. Ich hasse die, die dann... Oh, ich renne jetzt mal durch. Oh, da steht einer. Hm. Auch jetzt hat der die ganzen Mops am Arsch. Ist mir egal. Ist ja nicht mein Problem. Aber meins. Ähm, es sind zu viele Leute. Ähm, es gibt sich. Nee. Wollen wir denn noch? Wollen wir die Schleiche? Ey, ich bräuchte doch noch so einen Tempfer, nur. Das ist noch eine Spezialwache. Nein! Nein! Wo? Wo? Puh! Warum ist da ein einzelner Tiger? Warum hat der Bock? Ey, was ist das heute? Ich will nicht mehr. Nein! Verliert nicht die Akko. Sein netter Geist. Sein netter Geist. Ja. Sein mit Abstand. Ach, das konnte nicht. Ich sag dazu nichts. Unser Neues aus Internet zackt ein bisschen. Dafür darf ich jetzt wieder zahlen, ey. Also wenn das jetzt nochmal passiert, lege ich mir die Kabeln. Und wenn es für zwei Stunden ist. Aber wenn es nochmal passiert, lege ich mir wirklich die Kabeln. Sonst kriege ich Migräne. Das einzige, was ich möchte, ist, dass einfach daheim, abends, für zwei Stunden das Internet funktioniert. Mehr will ich nicht. Alles andere ist mir egal. Hauptsache ich darf abends mal ein paar Stunden spielen. Wo waren wir denn jetzt? Ich wollte eigentlich die schwarz-glauen Hobbs nehmen. Wurde mittendrin unterbrochen. Wir wurden erst 20 Mops angehangen und dann wurde ich... Dann wurde ich einfach... ...mobbt. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Ich habe gehört, ich mache euch wieder eine Nachtschicht. Morgen werden die Instanzen Resets, äh, die Instanzen Entries resettet. Und da wäre schon cool, heute noch ein bisschen was zu packen. Genauso, wie jetzt, äh, der Atrea-Server wieder aufgemacht wird. Wo wir alle, also viele, ich auch, der Meinung sind, dass das sowas von schief gehen wird. Weil das größte Problem, was jetzt noch mitherrscht, ist einfach dieses ganze Gebotte. Dass man sich mit Bots einfach um Ressourcen klopft. Dass die teilweise die Ökonomie beeinflussen, wenn das jetzt noch mehr werden. Also es ist einfach nicht mehr cool. Und gefühlt, wenn man die reportet, mit Screenshot, mit Namen, mit Video, passiert gefühlt nichts. Das ist so traurig, dass der jetzt nichts hatte. Was suchen wir hier eigentlich? Achso, ich glaube, wir suchen hier das Schwert, ne? Jetzt habe ich ein Problem. Nein! Off! So, alle guten Dings sind drei. Ich hänge jetzt mit dem Kabel unten dran. Let's go. Ich bin jetzt zweimal gestorben, habe 12.000 Kinder dafür gezahlt. Wir haben Summer-Dreck-Schwarz-Klauen getötet. Ja, ich mache mir danach nochmal noch Berührungsthemen für die Nerven. Weil mich das übelst ankotzt. Gut, das muss man hier noch machen. Mit Autori, das ist das Observatorium. Stock der Schamanen können wir uns hier unten holen. Es gibt halt zwei. Einmal kann man sich die Schamanen, die wir schon gesehen haben, hier unten holen. Die läuft hier rum. Oder, wenn man faul ist und vielleicht Glück hat, weil sie gerade da ist, gibt's hier noch eine zweite Schamane, von der man auch den Stab bekommt. Dafür müsste sie aber da sein. Und da ist sie auch. Da muss man halt nicht immer erst ins Dorf reinrennen. Hier hat jetzt aber gerade noch den Todesgritter mit drin. Ich muss kurz warten. Wenn man nicht schon wieder anfange, Dialekt zu reden, liegt es daran, dass ich bin sauer. Irgendwie, wenn ich mich aufrege, fange ich immer an, Dialektisch zu reden. Ganz komische Geschichte. Todesgritter kann man auch gleich mitnehmen, weil der hat eventuell ein Schwert für uns. Oh, hallo. Hm, wir haben Loot. Für Loot sag ich nicht, nein. Wenn man überlegt, dass wir vorhin vier Mobs gekillt haben und da kaum Loot drin war, investiert mir einen Schamanen und, ähm, ist es voll? So, hast du jetzt das Schwert hier? Können wir das nicht auch noch abgeben? Na, das vorne abzugeben. Hat der geistig... Da hat der Geist an der Brücke hängen gebiegt. Also der Geist wird echt übereinhängen. Das ist nicht wahr. Oh, ja, das ist ein Schleicher. Lass den mal angreifen. Ja, doch, doch, hab Bock auf den. Geist hat Bock. Jetzt ist die Moors Geist da oben, by the way. Als man den mal sucht. Ich sollte öfter die Seas haben. Ich glaube, das Spiel hat danach Mitleid mit mir. Keine Ahnung. Unsere Sache. Ja, cool. Und so mehr. Ey, Schnappsalz. So. Guck mal jetzt die Tote, muss man. Ähm. Die hab ich doch vor uns erst getötet. Baum steht schon wieder. Geist? Dein Einsatz. Könntest du bitte mal den Tiger? Ich muss dreimal Tum, wenn ich den Tiger kriege. Aha. Bisher, ja. Gibt's Abstand hier. Okay, der hat nur die Lusko-Lehler. Jetzt möchte ich bitte den haben. Ich hab das manchmal echt nicht in den Wirt. Ach, Stufe 16. Was machst du denn hier? Ich hab auch noch Kantor. Wir wollen mal nicht so sein. Oh, mach mal den. Heil dich. Geh kein Duet. Ist Kantor? Falls ich ein Kanal ich bin, weiß ich doch nicht. Äh, bestimmt auf... Ich kann grad gar kein Kanal wechseln. Wurde geblockt. Ich hab letztens den Kantor gesehen. Der hat voll wenig Skills. Der hatte irgendwie so drei, vier Skills. I don't know. Ich guck meine Klerikerin an. Voll. Da ist alles... Oh Gott, ich hab was vergessen. Da ist einfach alles voll. Ich meine, die kompletten Leisten sind alle voll. Ich muss schon ein dritter anfangen. Und Kantor siehst du so... Alltech Speaks. Dann eine kompletten Leisten nur mit Mann drin. Hey, könnt ihr bitte die Agro halten, Kinder? Jetzt halte ich schon zu zweit. Und Peter hat eine Aufgabe. Das ist ja schon ein Feuertempel-Verdächtig. Ich musste letztens auch erstmal lernen, dass man für ein Feuertempel die Eing-Zugang-Quest nicht mehr braucht. Ich bin so ein Oldschool-Heini. Ich hab erst mal die Zugang-Quest von mir gemacht und mir den Arsch abgeschuftet dafür. Weil das so ein Mist-Quest ist. Ich bin da mit Level 31 rein und ganz viel Tricksen. Ganz viel Tricksen haben wir es somehow geschafft. Also wirklich Tricksen. Also Safe-Spot-Imbusen und so'n Scheiß. Ja, jetzt die Schamanen und die Verfolgerin natürlich sind eine... Ja, die nehme ich. Wenn man... Wenn man Verfolgerin geht. Braucht 20... 20? 10. Ach, 20 wäre schon übertrieben. Braucht 10 Mal Schmuck, bitte. Weil ich so schön bin. So, das ist ein Totem. Wir machen das Sneaky. Die Clarikerin will das nicht Sneaky machen. Äh, kein Totem. Sorry. Aber eigentlich musst du den nicht töten. Du kannst einfach das Totem töten, wenn du DPS-Spells auf Range hast. Da musst du den nicht töten, weil den interessiert das eh nicht. Außer du musst ihn töten, weil du die Questloch hast. Das weiß ich jetzt nicht. Ich kann ihre Questloch nicht mehr. You can do it, Totem. Fall oben. Baum fällt. Ach. Komm, wir gehen hier lang. Da unten ist mir immer zu eng in dem Gang. Weiß auch nicht. Ey, sie hat Mantren angemacht, seit wann? Wird das die ganze Zeit noch nicht aufgefallen, oder hat sie es vergessen? Ich mag eine Mantra. Sie hat bestimmt noch kein Mana-Mantra. Oh, warte, wir gehen auf. Da kann Lust auf. Ich will mich jetzt nicht mit den Ruppen ärgern. Wir brauchen doch eh nur das Tod. Geist. Ich muss sagen, hat sie... Der Geist ist hängen geblieben und hat geättet. Ich hasse dich. Er ist bugged. Ach, komm. Mein Geist ist verbugged. Let's go. Er hat eine eigene Familie gegründet und ist gegangen. Er hatte keinen Bock mehr. So ungefähr. So, mein Guder, nimm mal bitte die Agro-Range. Wie schnell sie aber ab... Na gut, Kanton haben zum Anfang echt schwer. Weil da ist ja eigentlich gar nichts. Außer Mantren. Ist eigentlich nur zum Buffen da. Also männlich. Geht das ohne den zu ziehen? Nein, natürlich. Komm, Guys, du hast so viel Spaß mit denen. Geist ist zu fett, eindeutig. Ich bin gerade mal 41. Darf ich nicht mitreden. Komm, hier nehmen wir mit. Gute Starry würde sie nicht bei den Gruppenquests vielleicht ein bisschen unterstützen. Wenn die Mehl langweilig ist. Außer er hat noch der Lied ganz gut. Das Spiel, der unterhalb bleibt. Aber erst mal looten. Genau. Mitten im Kampf erst mal looten. Das könnte ich sein. Ex-Just-Ain-Spieler. Sucht deutsche familiäre Legie mit Hirn und Spaß im Vordergrund. Ich habe kein Gehirn. Ich glaube, das habe ich gerade verkauft. Nur so eine Vermutung. Cool. Spiel, die Verfolgerin haben. Ich sehe die da im Akku-Bereich. Yo, komm mal hier. Nein. Der Kopf ist mehr als gedacht. Ähm. Ähm. Ich wachsen. Ah, Entschuldigung. Nee, das war nur noch einer mehr. Ja, dann. Ich dachte, da kommt jetzt auch eine ganze Armee. Es waren nur drei. Ich habe nicht hingeguckt. Ich dachte, er hat einen Schleißer noch mitgebracht. Entspannt. Entspannt. Immerhin schon fast die Hälfte. Aber ich habe keinen. Keinen Mann. Oh, nehme ich. I'm going to go, please. Nein, nicht. Nein, nein. Nicht den Spitalisten. Nein. Fui, aus. Sitzplatz. Eigenleben. Oh. Du stehst. Ha. Hälfte. Ähm. Den müssen wir mitnehmen. Komm mal mit. Das ist Nummer 6. Warte mal. Ich muss doch kurz den Kopf reingziehen hier. Können wir. Lass es irgendwie schmecken. Und? Jetzt müssen wir den da nehmen. Geist. Ich befehle dir. Hol sie dir. Pass. Ich mache das so lange, bis die Kanton keinen Bock mehr hat. Ich habe keine Ahnung, was ich für Quests hier brauche. Ich habe nicht mit mir geredet. Deswegen mache ich einfach meine Quests. Ja, ob ich Hilfe brauche, weiß ich noch nicht. Ich habe die Quests für NSM auf dem Level, auf diesem Patch noch nicht gemacht. Noch einer. Nummer 7. 7 auf einem Streich. Geist. Ich weiß nicht. Das Problem ist halt als Gruppe, wir müssten eigentlich insgesamt 20 dieser Viecher töten, damit beide 10 Federn haben. That's the sad story of this. 7 von. Das Kumbun hat erstmal englisch geschrieben. Erst def... Also definitiv deutsch. Also deutsch oder französisch. Aber definitiv. Aber deutsch, er kann eigentlich englisch. V-Nummer 8. Das ist eh gut, die Stücke 16. Die hat doch nur die drei Töten, das ist ja. Warum macht die nicht Hammer, ey? Wow. Wieso hat der Schleicher dann nicht gekriegt? Ha! Noch zwei. Arely, derci, my friends. I'm out of here. What? Ich habe mein Schild verloren. Ähm... 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 weil ich glaube ich gehe nach vorne hier unten glaube ich mal rein weil sind die krassen dann machen wir das obsesatorium und das wasser der angst ganz am ende ich weiß nicht ich könnte mal gucken ob wir das wasser der angst uns immer noch machen können wie haben wir es denn rein ach die spielzeit nachts war es dabei und vielleicht nicht in einen regen krieg an wer halt offen aber muss ich bei allen die nacht geht ja dann nur nachts war ich hasse diese quest abkommt meiner flugzeit passiert ich muss mir glaube ich mein inhalt ist irgendwie vor durch wind einmal gehirn auf durchzug geschaltet so ein bisschen 16 darum zu haben will ist schon sportlich ein normales mit 16 nach passfällen und dann wirst du für annehmen für sechs könntest du passfälle schon fast durch sein und dann es gibt zwei regen mobs der eine ist nachts da und der andere tagsüber da und der tagsüber war nie da wenn ich ihn brauch deswegen will ich eigentlich die nacht noch mal probieren dann machen wir gleich mal noch fix wasser der angst wenn ich eh richtung da unten will muss ich überlegen aber wir machen das mal noch fix